Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben bei Rohrfrei für Rohkost. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema und zwar Natronwasser zum Abwaschen von Obst und Gemüse. Ein Thema, was sehr interessant ist, was auch sehr viel die Runde macht. Und ich wieder das Gefühl habe irgendwie, der eine sagt das, der andere sagt das. Dann ist man sich unsicher mit der Menge und was und wie viel und wie lange. Danke, dann dachte ich mir gut, ich trage mal die Informationen zusammen, weil ich selber nicht genau immer wusste, was ich nun wirklich machen soll. Und man muss es ja auch noch machen, man muss ja ins Tun kommen. Und von daher sollte es möglichst einfach sein und dass es einem einfach von der Hand geht, um das zu machen. Und ja, auch die ja dann mal gleich zur ersten Frage im Prinzip. Warum macht man das? Naja, ganz klar, ihr wollt die Spritzmittel etwas loswerden, ihr wollt die Giftstoffe aus dem Obst oder Gemüse rausholen oder minimieren, sag ich jetzt mal. Damit es einfach ihrem Körper was Gutes tut oder aber auch oder oder und. Den Grund, den ich auch sehr oft habe, ich merke es inzwischen auch sehr oft im Mund, wenn etwas gespritzt ist. Also bei mir zum Beispiel ist so, dass dann, dann wird der Mundraum so taub ein bisschen so, ja, oder es kratzt hinten im Hals. So, das sind so die Punkte, die ich oft merke bei Obstsorten, die ich zum Beispiel dann Bio kaufe, meinetwegen Feige oder hier in dem Fall Kaki. Wenn ich die Bio kaufe, habe ich damit so gut wie gar keine Probleme, ja, kaufe ich die nicht Bio, habe ich immer das Problem, dass mir das tierisch im Mundraum und im Hals, das kratzt und ein extremes Unwohlsein und so ein bisschen pelziges Gefühl im Mund. Und gerade auch bei Feigen sehr, sehr doll. Und dann bin ich halt auch dazu angehalten, die entweder zu schälen oder ganz doll abzuschrubbeln. Ja, oder halt in ein Natronwasser zu legen, um die Giftstoffe entsprechend zu neutralisieren. Und da ist ja die Frage, genau, hilft es wirklich, ist die Frage. Da kann ich gleich sagen, ja, es hilft wirklich. Erstens, man merkt es ja dann selber. Du legst das Ganze ins Natronwasser ein, dann isst du das Obst und merkst ja dann, okay, das Kribbeln oder das Taubheitsgefühl im Mund ist weniger. Da wäre gleich die Frage, wie ist es bei euch? Was merkt ihr bei zum Beispiel Nicht-Bio-Obst und was merkt ihr nach der Behandlung, meinetwegen durch Natronwasser? Ja, es gibt auch noch mehrere Möglichkeiten, Obst und Gemüse zu behandeln, aber Natronwasser ist definitiv die einfachste und schnellste Methode, um dort vorwärts zu kommen. Ja, hier auch gleich sei gesagt, ich bin kein Arzt, kein Heilpraktiker. Ich sage euch einfach nur meine Erfahrung und da dürft ihr gerne euch eine Scheibe von abschneiden und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen helfen. Gerne könnt ihr auch runterschreiben, wenn ihr andere tolle Möglichkeiten oder Erfahrungen gesammelt habt, da bin ich extrem dankbar und offen dafür, gar keine Frage. Und ja, kurzum, das Ergebnis ist dann im Prinzip das, was zählt und hier ist es so, es ist sogar so, es funktioniert natürlich wirklich, das merkt ihr zum einen im Mund, klar. Ja, und selbst die Industrie macht das so, wenn die einen Bio-Stempel auf das Obst drauf machen wollen und keinen Stempel kriegen, weil sie doch zu viel gespritzt haben, weil Bio heißt ja nicht ungespritzt. Auch Bio darf gespritzt werden. Es ist trotzdem noch eine Menge Gift im Bio-Zeug drin, deswegen ist es sogar auch ratsam, Bio-Sachen nochmal in Natronwasser einzulegen. Aber man muss eben nicht übertreiben, man muss jetzt nicht alles in Natronwasser einlegen. Das ist ja sicher auch nicht Sinn der Sache, aber gerade bei Nicht-Bio-Sachen, wo man halt darauf reagiert oder ein schlechtes Bauchgefühl hat, da kann man dann schon die Sachen definitiv mal in dem Wasser baden. Und was ich noch sagen wollte ist, dass die Industrie, selbst wenn die eben keinen Stempel kriegt fürs Bio, dann waschen die auch ihre Obst- und Gemüsesachen mit Natronwasser und danach bekommen die einen Bio-Stempel, weil dann die Rückstände extrem gesunken sind. Das heißt, es ist wirklich was dran, ja, an der ganzen Geschichte. Und nun zu der nächsten Frage, ja, wie viel mache ich denn da jetzt rein? Und da habe ich auch lange geguckt, verglichen, recherchiert und ganz klare Sache. Auf einem Liter Wasser ungefähr, ja, also sprich eine kleine Schüssel, kann man so Pi mal Daumen sagen, auf diese Schüssel kommt ein Esslöffel Natron, so ein gestrichener, mit so einem ganz leichten Hügel. Ja, so, das kommt da rein, entspricht ca. 10 Gramm. Das sind dann bei einem Liter also 1%, eine 1%ige Natronlauge. Das soll man möglichst schön ein bisschen auflösen. Und dann könnt ihr auch einen pH-Wertstreifen reinstecken, das ist dann schön basisch. Und hier sei auch gleich gesagt, mehr ist nicht schlimm. Ihr könnt das nicht überdosieren. Ihr könnt da auch drei Löffel reinhauen. Mehr ist immer besser, keine Frage. Aber es gibt halt einen Mittelwert, wo die Wirkung am besten ist, also wo die Wirkung im Verhältnis zur reingekippten Menge extrem hoch ist, sagen wir es mal so. Und das ist halt diese 1%ige Lösung. Das wäre entweder halt so ein Esslöffel oder ein Teelöffel mit Berg ist auch ungefähr 10 Gramm. Ja, und da müsst ihr halt für euch ein bisschen gucken. Man kann auch mal ein bisschen weniger ran machen. Ist auch nicht schlimm. Ja, es ist immer noch gut, aber es ist effizient, wird es wirklich bei einer 1%igen Lösung, also eine kleine Schüssel, sprich 10 Gramm. Ja, oder halt eine größere Schüssel, Topf, was auch immer, da macht ihr halt zwei Esslöffel rein. Ja, also man hat nachher ungefähr so ein Bauchgefühl dafür, wie viel ran muss. Aber jetzt wisst ihr erst mal ungefähr eine Größenordnung. Und es soll wirklich so weit gehen, dass wirklich über 90% der Sachen entsprechend gelöst werden und neutralisiert werden, damit ihr da entsprechend wieder weniger Giftstoffe drin habt. Also eine wunderbare Sache. Ihr werdet wirklich locker 90% der Pestizide und Spritzmittel wieder los. Natürlich gibt es da noch eine Restfrage. Das bezieht sich natürlich mehr oder weniger auf die Schale und das erste Stück vielleicht noch unter der Schale. Ich weiß natürlich nicht, wie stark das einzieht. Diese Frage übrigens habe ich auch noch. Die konnte ich mir noch nicht beantworten. Da könnt ihr vielleicht noch was zu sagen, falls ihr da mehr wisst, weil es weiß natürlich keiner, wie doll natürlich das Natron in dem Obst wirkt. Sicherlich werden in dem Obst drin noch Restspritzmittel vorhanden sein. Aber, wir sind mal ehrlich, hier greift wieder die 80-20-Regel. Das meiste von den Spritzmitteln ist ja an der Schale. Und deswegen schälen wir ja auch das Obst und Obst meistens, damit wir es besser vertragen, weil halt die Schale so doll gespritzt ist. Das heißt, da darf ich jetzt mir und euch auch ein bisschen die Angst nehmen, das ist schon mal der Löwenanteil dann weg. Auch wenn da in dem Obst noch ein bisschen Spritzmittel eingezogen sind. Das ist dann nicht mehr so tragisch, als wenn ihr wirklich alles mit esst, was dann da noch an der Schale an Spritzmitteln dran ist. Ja, also das wollte ich mal noch zum Entschärfen sagen, weil da habe ich gemerkt, dass auch viele da unsicher sind und sich daran aufreiben. Ich übrigens auch. Und da habe ich jetzt gemerkt, ja gut, da können wir alle runterkommen. Alles gut. Es ist immer noch besser, etwas zu machen. In dem Fall Natronwasser, Natronbad, als wenn man nichts tut. Ja, also von daher, klare Empfehlung. Natron, ja, versucht, ihr braucht ja nun doch dann größere Mengen Natron. Versucht euch entsprechend auch größere Mengen zu besorgen. Diese kleinen Tütchen, habe ich sie noch? Ne, jetzt sind die alle. Diese kleinen Tütchen aus normalem Supermarkt, die ihr bei den Backwaren findet, die reichen nicht lange. Da müsst ihr immer mindestens eine Tüte komplett rankippen an so eine Schüssel oder sogar zwei Tüten, glaube ich. Da waren, glaube ich, gar nicht mal zehn Gramm drin. Ich glaube, bloß sieben Gramm oder was da drin ist. Naja, zumindest reicht das meist gar nicht hin. Kauft euch größere Mengen. Ihr kriegt in der Apotheke oder im Internet auch ein Kilo packen zum Beispiel. Wenn ihr was haben wollt, was nicht chemisch hergestellt ist, könnt ihr auch natürliches Natron nehmen. Es gibt aus den USA tatsächlich natürliches Natron, nennt sich Baking Soda. Das wird wirklich natürlich abgebaut. Und somit habt ihr dann auch keine Chemie. Ja, aber es wäre wurscht. Von der Wirkung her ist beides gleich. Ihr könnt natürlich auch das chemisch hergestellte Natron nehmen. Das ist dann jetzt kein Beinbruch. Wie wichtiger ist, wie gesagt, wieder mal der Punkt. Mach es. Fang an, komm ins Tun, mach das. Nicht bloß meckern über das gespritzte Obst, sondern was machen. Und genau, dann noch gleich ein bestes Beispiel dafür. Viele machen ja auch die Entgiftungstouren, Entgiftungskuren nach Anthony William. Dort wird ja auch zum Beispiel der Sellerie empfohlen, den man als Saft sich früh auspressen soll. Ja, und selbst da ist es dann ein richtiger Segen. Denn nicht jeder kriegt Sellerie im Bio. Ja, den kann man zwar auch bestellen und hier und da, aber die meisten haben in ihrem Supermarkt keinen Bio-Sellerie und wollen die Kur halt trotzdem machen. Da sagt eben Anthony William, mach es trotzdem. Selbst nicht Bio ist immer noch besser, als wenn du die Kur gar nicht machst. Ja, und das ist auch schon ein richtig mächtiger Satz. Jetzt kommt halt das hier noch oben drauf, dann leg das doch in Natronwasser ein und dann hast du selber aus deinem Nicht-Bio-Sellerie einen quasi Bio-Sellerie selbst gemacht. Ja, und mit diesem Ansporn, Schacker, machen wir jetzt mal los. Jetzt legen wir das Ganze ein und, haha, hätte ich fast noch eine Sache vergessen zu beantworten. Die wichtigste noch mit wahrscheinlich. Guck mal, hier so ein Liter reicht genau aus, um mal vier Kakis reinzulegen. Oder vielleicht fünf, aber ich glaube, die fünfte passt nicht mehr ganz rein. Nee, die passt nicht mehr ganz. Aber reicht aus, um so eine Mahlzeit unterzubringen in so einem Liter. Genau, wie lange legt man das jetzt ein, hätte ich fast vergessen zu beantworten. Ja, da gibt es auch eine schöne Zeit, die den Hauptteil löst und zwar 15 Minuten. Ja, und das war für mich auch so ein Kern-Aha-Effekt, konnte mir immer keiner sagen. Ja, wie lange denn nun? Ja, eine Weile. Ja, wie lange ist denn eine Weile? Ja, also nach 15 Minuten hat man den Löwenanteil gelöst, ja, und somit fahrt ihr dann goldrichtig und habt dann laut Studien locker 80, 90 Prozent oder mehr von den Giftstoffen dort gelöst, neutralisiert. Und probiert es mal aus. Ich bin tierisch gespannt. Schreibt mal runter, wie ihr jetzt auf die Lebensmittel reagiert, die ihr sonst immer schlecht vertragen habt, wenn sie zum Beispiel nicht bio und halt sehr gespritzt waren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.